Hallo ihr Lieben, willkommen bei der Make-up Artist School & Store bei Ursula Haas. Heute spreche ich mit euch über das Thema Wasserschminke und zwar prinzipiell die Unterschiede zwischen Grimas und Criolan. Wasserschminke ist, wie der Name schon sagt, eine besonders angenehme Schminke auf Wasserbasis, die auch für sehr empfindliche Haut geeignet ist. Deswegen wird sie auch gerne für Kinderschminken und auch im Face- und Bodypainting-Bereich verwendet. Sie lässt sich sehr einfach benutzen und auch genauso mühelos wieder entfernen. Einfach mit ein paar Spritzern Wasser aufbereiten und gleich kann es losgehen. Dabei muss man nur beachten, dass Wasserschminke sehr schnell und sehr leicht antrocknet und dann weitestgehend wischfest ist. Das heißt, schnelles und konzentriertes Arbeiten. Was sind die Unterschiede zwischen Wasserschminke von Grimas und Criolan? Die Farben von Grimas sind parfümfrei, weswegen sie besonders gut für empfindliche Haut geeignet sind, gerade auch für Kinder. Criolan hingegen hat eine sehr viel größere Farbauswahl und ist auch etwas ergiebiger in den Farben. Beide Firmen haben sowohl pure, Schimmer, Metallic und auch UV-Farben. Bei Criolan wird allerdings bei den UV-Farben zwischen denen unterschieden, die für die Haut geeignet sind und die, die vielleicht lieber nicht auf die Haut kommen. Bei beiden Firmen sind die Farben sehr pigmentiert, wobei mir zum Beispiel bei Grimas das Weiß sehr viel mehr gefällt. Das ist cremiger, ergiebiger, lässt sich leichter aufbereiten und ist einfach stärker. Bei Criolan gefällt mir unglaublich gut das Rot, denn das ist ebenso sehr pigmentiert und sehr ergiebig. Wenn ihr auch lernen wollt, mit Wasserschminke umzugehen, dann empfehle ich euch sehr unsere Facepainting-Kurse. Der nächste ist der Halloween-Kurs und da werden wir nicht nur Wasserschminke, sondern vielleicht auch ein paar kleine Special-Effect-Sachen ausprobieren. Dazu könnt ihr euch einfach online auf unserer Website anmelden. Ich freue mich auf euch!